Hi meine werten Freunde, was geht und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin vom Urlaub zurück, zumindest von der Schifffahrt. Dieses Video kommt nach meinem vollen Urlaub. Ich kann nicht mehr reden, aber erstmal willkommen zurück. Es war sehr, sehr, sehr schön auf dem Schiff. Und ich werde dazu noch einen Podcast vor dir bringen, aber jetzt erstmal, wünsche ich euch jetzt erstmal sehr viel, viel Spass mit diesem Best-of. So, jetzt sind wir in der richtigen Szene, Freunde. Und ihr seht es wahrscheinlich schon, aber hier oben dieses wunderschöne Ding. Oh, hier. Das ist natürlich auch da. Das darf natürlich nicht fehlen bei unserer Reaction. Aber wie gesagt, wir starten mit der Reaction in 3, 2, 1. Hey Leute, willkommen zu diesem Best-of. Dieses Best-of ist im Voraus geschnitten. Also musste es schnell geschnitten werden, weil ich im Urlaub bin. Deshalb ist dieses Best-of zu kurz und wenig geschnitten. Wenn ich zurück aus dem Urlaub bin, gibt es wieder längere und mehr geschnittene Videos, beziehungsweise der Best-of viel Spass mit dem Video, ist natürlich, wie immer, von Cartoonie, einem der geilsten Best-of-Creator in der jetzigen Zeit. Und der Titel, habe ich gerne vorgelesen, ist, wie wie ist SARS-Lul-Sies. Alright. Klingt sehr gut. Und ich würde sagen, wir starten rein. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen New Super Mario Bros. U-Hack. Also, Intro ist immer geil, aber vielleicht so ein bisschen mit der Musik anteasern, wann es losgeht, weil sonst ist es einfach so ein kompletter Jumpscare. Wenn es gewollt ist, ich sage nichts, wenn es ungewollt ist, dann das verbessern, bitte. Aber kein Problem. Meil Problem. So-So-So-Why? Was ist hier los? So-So. Die wunderschönen So-So-Momente. Hm, ich liebe sie. Und ich habe jetzt hier grandios verschissen, weil ich nicht an den Bob-omb-rang kam, wo ich eigentlich hinkommen wollte und das ist so... Es gibt hier sogar Monde? Wow, 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 wow. So Philips Hue, ne, so quasi bunte LEDs bei mir im Wohnzimmer, als Deckenlampen. Da ist er, der Clip. Ich habe ihn erwartet, als ich Deckenlampe gehört habe. Oh, lol. Hier ist ein One-Up. Stabil. Real. Er hat hier nämlich ein Fire-Bro gemalt. Fire-Bro. Safe. Safe, safe is Mario on Fire-Bro. Ich wüsste nicht, wieso. Der einfach nur Bugfish ruft. Zu real. Und ich sitze auf einem neuen T-Lool. Ich habe mir ein wunderschönes Cajon bestellt. Das ist so eine, ja, nennen wir es einfach mal pauschal Sitztrommel. Und die ist ultrageil als, ja, Sitzgelegenheit. Weil man, weil man keine Lehne hat. Deswegen sitzen wir mit dem geraden Rücken da. Und ich habe halt ultra viel Bewegungsfreiheit. Das heißt, die Aufnahmen werden jetzt noch realer. Ist das so real so? Hat man damit wirklich einen geraden Rücken? Ich finde, ja, wäre das mega geil. Wenn nicht, dann ist es scheiße. Come on. Please. Siehs. Ähm. Nein. Nee, oder? Doch. Ich habe das Game gefrost. Ich habe das Game gefreezt. Immer die schlimmsten Momente. Wenn du einen Softblock bekommst. Das ist... Nein. Nein. Das ist alles andere als cool. Cool. Sehr gut. Äh. One-we-one. Jeder hat noch ein Leben. Diesen aber zu zweit. Ich allein. Ich bin wieder unterwegs. Schein. Allein. Oh, das war's schon. Uh, aber... Dafür war das hier... Wieder unterwegs? Schein. Sehr gut. Das war dafür sehr gut. Okay, aber... Da es nicht länger geht... Und die Aufnahme auch nicht so lange... Ist das eine kurze Reaction, aber... Was soll's? Was soll's? Wir können auch mal kurze Videos bringen auf dem Kanal. Absolut kein Problem. Aber... Dementsprechend würde ich sagen... Ohne weitere Umschweife... Würde ich sagen... Lasst ihr gerne ein Like da. Das ist ein Abo. Genauso wie bei mir und Karton. Schreibt natürlich gerne einen Kommentar. Wenn es nicht zu viel ist für euch. Und abonnet die Glocke. Drückt die Glocke. Ich sage immer abonniert die Glocke. Um nichts mehr in der Zukunft zu verpassen. Genauso wie bei Karton wie auch. Und ich wollte nur sagen... Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und bis dahin... Aya Kami Tendo. Aya Kami Tendo.